Der Wochenrückblick Nummer 62 von MotorradOnline.de handelt von kaputten Getrieben, schweren 400er, neuen Blattfedern und frisches vom Chinesen. Liebe BMW, Fanboys und GS-Lover, ihr müsst jetzt stark sein. Schon wieder ein Rückruf, schon wieder das Getriebe und schon wieder die R1250 GS. In den USA wurde ein Rückruf gestartet für die GS, die GS Adventure und die Behörden-RT, also das was bei uns die Polizei Motorräder sind. In Deutschland heißt das Ganze technische Aktion, wie immer, da BMW in Deutschland das Wort Rückruf meidet wie der Teufel das Weihwasser. Denn Rückruf heißt im Prinzip, es ist was kaputt und technische Aktion soll mir dann wohl sagen, es wird was verbessert. Ist ja auch egal. Grund für den Rückruf waren einige kapitale Getriebeschäden von GS in Europa. Und zwar lagen BMW bereits seit dem Herbst 2020 Meldungen von europäischen Fahrern vor, bei denen die Getriebeeingangswelle brach, was teils zu Stürzen und auch teils zu Verletzungen führte. Nicht hübsch. Was war passiert? Anscheinend haben sich einige Fahrer mit ihren GS wirklich mal ins Gelände getraut und nach einigen Sprüngen unter Volllast hat die Welle dann zerlegt. Weil nämlich das vollentlastete Hinterrad mit hoher Drehzahl und Last beim Landen so stark verzögerte und somit auch den Antrieb und das Getriebe gleich mit. Und dieser Bremskraft stand dann dem noch erzeugten Drehmoment des Motors konträr gegenüber. Das eine bremst, das andere dreht, da brauchst du kein Prophet sein, da macht es knack und dann ist es kaputt. Nicht gut. 250.000 GS sind weltweit betroffen, also im Prinzip alle, die seit dem August 2018 gebaut wurden. BMW selbst konnte an der Materialzusammensetzung keinen Fehler feststellen und löst das Problem mit einer neuen Software, die in den Situationen eines durchdrehenden Hinterrads das plötzliche Hochdrehen des Motors dämmt. So gesehen ist die Traktionskontrolle etwas defensiver abgestemmt. Die RT-Modelle sind deswegen im Boot, da die Polizei womöglich dann öfters mal mit Vollgas über Bordsteine hoch oder runter fährt, was am Ende des Tages den gleichen Effekt hervorrufen kann. Jetzt nehmen wir das Kind mal einfach mal beim Namen. BMW repariert nicht, sondern patcht ein zu schwaches Getriebe mit einer Software. Das hat zwar einerseits ein Geschmäckle, weil Murks, andererseits die 1250 GS ist eben auch am Ende des Modellzyklus angekommen. Die neue 1300er steht im Plan und mal eben 250.000 Motoren, die mitunter auch schon mal 400.000 Kilometer auf der Uhr haben können, die voll integrierte Eingangswelle gegen eine komplett neue tauschen. Das könnte, sorry liebe Fanboys, einen kleinen Hersteller wie BMW dann irgendwann auch mal an seine Grenzen bringen. Bleiben wir bei Dingen, die man nicht unbedingt verstehen muss. Die neue Kawasaki ZXVR zum Beispiel. Die wurde jetzt offiziell am 1. Februar vorgestellt, in den USA und in Asien. Gerüchte über einen kleinen Supersportler mit Vierzylinder gab es schon länger. 70 bis 75 PS waren dann im Spiel. Leicht soll sie sein, sportlich, dirigierig. Am Ende stimmt das meiste davon. Der Motor hat 77 PS aus 400 Kubik. Mit Ram Air sind sogar 80. Das ist heftig. Leider ist das Motorrad schwer geworden. Das liegt zum einen am Vierzylinder, zum anderen an dem Stahlrahmen, in dem der Motor hängt. 188 Kilo sind es. Zum Vergleich, die aktuelle Ninja 650 wiegt vollgetankt 193 Kilo und die Aprilia R660, die sogar 105 PS hat, wiegt mit 183 Kilo sogar etwas weniger. Und auch das sportlich ist dehnbar. Klar, die ZXVR hat eine Doppelscheibe vorn, radialer Settel. Sieht gut aus. Aber ein nicht mal in den Top-Versionen voll einstellbares Fahrwerk ist so ein bisschen Fragezeichen statt Ausrufzeichen. Technisch gut. ABS, neunfach einstellbare Traktionskontrolle, um die 42 Newtonmeter am Zaum zu halten. TFT-Display mit Connectivity, 4M Fahrmodi. Das ist schon ein gutes Paket. Drei Versionen soll es geben. Die ZX4R, die SE und die RR. Die Unterschiede sind, dass die SE und die RR eine in der Vorspannung einstellbare Gabel haben. Dazu bekommt die RR sogar noch das Federbein aus der aktuellen 10er Ninja. Die SE dann ist noch so ein bisschen komfortabler mit Quickshifter, Windschild, Sturzperz und allem Kladderadatsch. Die RR hat den Quickshifter noch on top. Im Rahmen dieser Neuvorstellung wurde bekannt, dass dieses neue Motorrad dann auch ab Januar bzw. ab Herbst 2023 nach Europa kommen soll, also für den Modelljahrgang 2024 bei uns fahren soll. Preise? Man weiß es nicht ganz genau. Die RR, also die Top-Version, kostet in den USA umgerechnet 8800 Euro. Was es dann in Europa wird, da müssen wir mal nachgucken. Neues von KTM, die haben sich eine Erfindung patentieren lassen. Die Blattfeder. Die ist jetzt zwar nicht neu, aber das ist ja auch kein Witz. Nur KTM hat die ein bisschen anders gemacht. Zum Beispiel nicht aus Stahl, sondern aus GFK und auch nicht als plattes Paket, sondern in so einer leichten S-Form. Und damit wollen sie KTM Offroad-Maschinen im Heck statt mit einer Stahlfeder eben mit dieser Blattfeder ausrüsten. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen GFK ist leichter als Stahl. Vorteil zwei. Durch diese stabile Grundform braucht diese spezielle Blattfeder nur zwei der üblichen drei Aufnahmepunkte. Vorteil drei. Das geformte GFK hat im Gegensatz zu Stahl eine gewisse Eigendämpfung, was den eigentlichen Dämpfer kleiner, ja einen kleineren Dämpfer erfordert, was im Allgemeinen dann wieder Bauraum und auch Gewicht spart. Vorteil vier. Durch diese nur zwei Aufnahmepunkte kann mit verschiedenen Hebeln gearbeitet werden. Sprich, ich kann eine Feder im Fahrwerk verschieden abstimmen. Ich kann also mit einer Feder eine lineare, eine degressive oder eine progressive Kennlinie erzeugen. Hat es denn auch Nachteile? Weil es hätte ja schon lange jemand gemacht. Womöglich. Bereits 1992 versuchte Yamaha zusammen mit Öhlins bei der YMZ 250 eine Blattfeder hinten einzusetzen. Das haben sie im Rennsport eigentlich ganz erfolgreich gemacht, aber ohne echte Durchschlagskraft in die Serie. Vielleicht auch ein bisschen fehlende Materialgüte in der Kunststofftechnik von vor 30 Jahren oder vielleicht doch zu schwierig abzustimmen. Klar ist, durch diese Art der Federung wird Bauraum und Gewicht gespart und je nach Ausführung kann diese Feder auch lagerunabhängig eingebaut werden. Lenkrecht, waagrecht oder diagonal. Clever ist es, auf jeden Fall kommt es. Eher nicht, weil wenn es funktionieren würde, hätten wir eben schon, hätte es schon jemand gemacht. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich alle auch mittlerweile diese schweren Federdämpfer gewöhnt. Passendes Beispiel, Telegabel. Eigentlich weiß jeder, sie funktioniert nicht besonders gut, aber sie hat sich eben aus Gründen durchgesetzt. Ist halt eine vergleichsweise einfache Konstruktion, genau wie der Federdämpfer. Also, es gibt ein paar launige Kleinigkeiten diese Woche aus Fernost. Sontes, kennt man von GK 350, hat mal wieder neue Bilder und Infos zu ihrem neuen Dreizylinder gezeigt. Nämlich ein Foto des fertigen Motors mit einem Ölfilter von Yamaha. Und jetzt wissen wir natürlich auch, wo dieser Motor herkommt. Vom CP3-Motor von Yamaha. Und wenn man sich die Gehäuse von den beiden Motoren so nebeneinander anschaut, ja, da gibt es schon viele, viele Ähnlichkeiten. Sprich, das ist keine Neukonstruktion mit 800 Kubik von Sontes, sondern eher eine Kopie von Yamaha. Und von dieser romantischen Vorstellung eines Lizenzbaus können wir uns auch bitte verabschieden. Weiter geht's mit Vouch. Das ist ja die Premiummarke von Longxing. Und die sind bei uns bereits relativ gut etabliert, haben auch schon ein paar Tests beim Motorrad gehabt. Und neu kam dann diese Woche die Vouch 350 AC mit 41 PS. Ein schicker Scrambler mit so einem leichten Neotouch, 165 Kilogramm, ABS-Nissingbremse und im europäischen Ausland bereits zu haben ab 4590 Euro. Motomorini gehört seit 2018 zur Chong Neng Gruppe. Und die haben wir in der Zeit schon mal ein paar neue 650er vorgestellt. Und jetzt ist in China ein Design für einen kleinen Cruiser von Motomorini aufgetaucht. Eben mit diesem besagten 650er Rheintwind. 60 PS, Antrieb per Zahnriemen und optisch schon sehr nah an der sehr erfolgreichen Cover Vulkan angesiedelt. Ob wir das nun alle erleben müssen, ist nicht bekannt. Aber kleine Jobber haben immerhin Tradition bei Motomorini. Und jetzt aufpassen, Ende der 80er war es ja nicht so ganz so super gelaufen bei Motomorini. Und die neuen Eigner, die Castiglioni-Brüder, hatten dann auf Basis der 3,5er zwei kleine Softjobber gebaut, nämlich die Excalibur und die New York. Ich habe keine Bilder, das will auch keiner sehen. Obacht Speedy 1200 Fahrer. Es gibt einen Rückruf für die beiden 1200er Modelle RR und RS von Triumph. Und zwar wird am Kühler-Lüfter ein Hitzeschild angebracht und eine neue Software aufgespielt, die den Lüfter auch dann noch mit Strom versorgt, wenn der Motor schon abgestellt ist. Also der Lüfter läuft nach. Grund sind Berichte, dass bei hohen Außentemperaturen und langsamer Stadtfahrt der Lüfter überhitzte und dann irgendwann ausfiel. Beide Maßnahmen sollen den Kühler-Lüfter dann kühler halten. Insgesamt 1.127 deutsche Maschinen sind betroffen. Die bekommen in den nächsten 14 Tagen Post vom KBA. Insgesamt sind 10.132 Mopeds im Rückruf. Und das war auch schon wieder der Wochenrückblick von Motorrad-Online.de Und immer dran denken, im Frühling wird die Uhr vorgestellt, weil wir das Motorrad für die Tür stellen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017